ranhängt Sie stand schon, bevor wir zu den Buckelpistelfahrern gehen, als Weltcup-Siegerin fest. Donna Weinbrecht, Tatjana Mittermeier, lieferte sich einen harten Kampf mit Candice Gielg aus Frankreich. Hier haben wir sie um den zweiten Platz. Springen gab es nicht mehr, das wurde schon abgesagt. Die letzte Veranstaltung war in Altenmarkt-Zauchensee, eine Woche vor dem Finale hier in Meiringen-Hasliberg. Ja, es ist also sehr eng zwischen dir und Tatjana. Sie sagt, was ist deine Vorstellung für den heutigen Tag? Also die Piste ist in hervorragendem Zustand. Wir müssen sehen, dass wir auch in einer guten Zeit herunterkommen und uns keine Fehler erlauben. Das ist das Entscheidende. Ja, sie meint also, dass beide unter dem gleichen Druck im Moment stehen und dass das in jedem Fall eine interessante Angelegenheit ist. Und man, ja, auf jeden Fall, sie wird nicht enttäuscht sein, wenn es nicht reichen würde. Aber wir beginnen mit einer anderen, nämlich mit Gabriele Rauscher, die eine sehr, sehr gute, sehr solide Saison absolviert hat. Ja, und sie zeigt auch nochmal am Ende der Saison eine priva Leistung. Ein guter zweiter Sprung, ein Gaffi, hoch vor allem angesetzt. Und damit ist Gabi Rauscher auch mit einer, ja, berauschenden Fahrt am Ende der Saison angelangt und am Ende einer Saison, mit der sie sicherlich sehr, sehr zufrieden sein konnten. Gabi, das war ein super Lauf, oder? Ja, ich bin zufrieden, weil hier hat man dachte, in Wetter oder? Die andere Fahrt super, mit Sicherheit. Da kommen da noch viele gute, aber ich bin jetzt mal froh, zeitig gut und so ein Jahr sicher gefühlt. War eine super Saison für dich? Ja, ich habe zwar die letzten zwei Wettkämpfe ein bisschen schlechte Läufe gehabt, aber sonst war es im Ganzen, war es super, was okay. Also, da sieht es ja gar nicht so schlecht aus. Tatjana Mittermeier macht ja auch noch weiter, Gabriele Rauscher sicher auch. Und wie zu vermelden war, Christine Gerg, Sie hören richtig vom Skiclo Blengris bei den Union-Weltmeisterschaften im Freestyle. Abteilung Buckelpiste, Bronze-Medaille hat sie gewonnen. Also, auch in dieser Sportart tut sich was im Nachwuchs. Man könnte auch sagen, Zeit wird's. Und es wird so hoffen, dass der Link-Rieser in der Sprung vom Juniorenbereich dann auch gelingt hin zu den Großen. Dass sie vielleicht zusammen mit Tatjana Mittermeier noch und Gabi Rauscher in der nächsten Saison im Weltkart-Zirkus einsteigen kann. Elisabetta, Kusevnikova aus Russland. Doppelmanöver beim ersten Sprung. Zufrieden sind sie alle. Am Ende sie mit ihrer Laufbahn bisher ganz bestimmt auch, weil ja Olympia Zweite war, Olympia Dritte, hat auch schon Weltkart-Rennen gewonnen. Elisabetta, Kusevnikova, die auch eine Allrounderin ist im Übrigen. Das heißt also, die in allen Disziplinen zu finden ist. Elisabetta, sie wurde im Vorlauf fünfte. Und das war ihr erster Weltkart-Zirkus. Ja, es war einer der besten Läufe in der gesamten Saison bei Elisabetta, Kusevnikova. Sie ist froh drüber. Und ich kann darauf aufbauen, was die nächste Saison angeht. Und ich kann darauf aufbauen, was die nächste Saison angeht. Eine Überraschung schon in der Qualifikation. Diese Dame aus Japan. Und da nehme ich an nichts vorweg. Da tut sich einiges aus dem fernen Osten. Da kommen sehr, sehr starke Läuferinnen und auch Läufer. Wir werden eine Kostprobe nachher noch sehen. Aber zunächst mal zu Aiko Urmura. Zu ihrem ersten Weltcup-Auftritt. Formidable. Da hat die Konkurrenz nicht schlecht gestaunt. Schon in der Qualifikation war da festzuhalten. Da kommt ein riesiges Talent in den alpinen Weltcup-Zirkus. In den Freestyle-Weltcup-Zirkus. Und das Ganze darf man durchaus auch unter dem Aspekt betrachten, dass Nagano 1998 ja olympische Spiele hält. Und dass man da ja auch im Freestyle-Medaillen gewinnen kann. Und wenn diese Dame in der nächsten Saison dran bleibt mit ihren tollen Sprüngen und mit ihrer risikoreichen Art und Weise diese Buckelpisten zu bewältigen, dann darf man sich da auf einiges gefasst machen. Ja, 25.08. Die Führung für Aiko Urmura. Ja, und dann geht's für Tatjana Mittermeier. Was ist das für ein Gefühl, jetzt hier oben zu stehen und noch warten zu müssen? Ja, ist ganz klar. Man ist natürlich nervös. Bei mir geht's ja doch ein bisschen um die Wurstheit. Aber ich freu mich drauf und ich bin im Training gut zurechtkommen und ich hoffe, dass ich das halt umsetzen kann. Heute gibt's ja nur eines Zweikampf. Tatjana Kandis, richtig? Genau, das ist eigentlich das heute. Und wir sind jetzt im Vorlauf recht eng bei einer angewiesen. Sie hat bessere Technikpunkte gehabt wie ich. Und ich glaube, dass ich's also in den Sprüngen leicht schlagen kann. Und versuche immer ein bisschen schneller zu fahren und dann schauen wir mal, wie's unten dann ausschaut. Ist das Selbstbewusstsein größer, wenn man die Qualifikation als Beste abgeschnitten hat? Nicht unbedingt, weil ich war ja schon so oft Erste nach der Quali und dann bin ich letztendlich doch Zweite geworden. Aber irgendwo ist es schon ein gutes Gefühl. Nur nervös ist man genauso nochmal fürs Finale und es ist wieder ein neuer Lauf. Tatjana ist ein Vorteil, wenn man nach der Konkurrentin starten kann? Ja, ich kann ihr halt zuschauen, aber die Punkte werde ich also wahrscheinlich nicht mehr erfahren. Und ich mein, ich muss eh das Beste für mich daraus machen und dann lassen wir uns überraschen. Aber bevor's hier in die Entscheidung geht, zunächst noch Minha Karju aus Finnland. Der vierte im inoffiziellen Zwischenklassenwert mit 23,80 Punkten. Mein nächster Kompidator ist Minha Karju von Finnland. Hat immerhin diese Saison einmal gewonnen. Am Montreblanc in Kanada. Aber sie ist in ihrer Barmeise noch zu unbeständig. Toppelmanöver, Toppel-Twister. Im ersten Sprung. Ja, und das war die Show von Minha Karju. Und drittbeste Zeit mit 27,20,20,20,27,52. Eine Saison, mit der sie, ja, bei der sie sich bestimmt näher ausgerechnet hat. Hatte keine Chance mehr unter die besten drei im Weltcup der Puckelpiste zu kommen. Ja, das war meine beste Saison, bis hier eigentlich. Und die Frage, ob es reichen wird für das Podium an diesem Tag. Da bleibt nur eine Antwort, nachdem der Wettbewerb ja noch nicht beendet ist. Wir werden sehen. Ich darf vorwegnehmen, es hat nicht ganz gereicht. Und die Frage, ob es nicht mehr so ist, dass wir in der Weltcup der Puckelpiste zu kommen. Das war ein Ballett, blauer Himmel, die Piste in einigermaßen gutem Zustand. Angesichts der Tatsache, dass es ja so viel geschneit hat, konnte man da durchaus zufrieden sein. Das ist die Punktzahl bis zu diesem Zeitpunkt, die Japanerin, Aiko Urmura. Ja, also nach Hattestadt, wieder eine gute Norwegerin. Schafft es nicht ganz, um in Führung zu gehen, um an der Japanerin vorbeizuziehen. Ich habe keine Fehler gemacht. Aber die Sprünge waren okay. Ja, sie waren so schlecht nicht. Diese Saison war nicht erbrauschend, aber war so einigermaßen, wie ich mir das vorgestellt habe. Wir machen eine kurze Pause.